Hallo, wir sind hier auf der Sicherheitsexpo in München, der Messe, dem Treffpunkt für die Branche für Zutrittskontrolle und Zeiterfassung. Heute möchte ich Ihnen gerne unser neues Zeiterfassungsterminal 96100 vorstellen. Klein und kompakt ist es hier an der Wand und wir freuen uns, dass wir das Ende Juli freigeben können für den Vertrieb. Was kann dieses Terminal? Es ist zunächst mal ein Zeiterfassungsterminal, klein und kompakt. Es hat zwei Laser möglich, also ein Laser, mit dem ich über einen Ausweis, über einen Schlüsselanhänger oder mit dem Smartphone buche. Alternativ dazu kann ich über einen biometrischen Laser meinen Finger oder mehrere Finger einlesen und mich darüber identifizieren. Die meisten Menschen kommen mit fünf Funktionstasten, klar, für Kommen, Gehen, Dienstgang, Abfrage, irgendwo einen Kostenstellenwechsel. Aber darüber hinaus sind natürlich viele Funktionen, auch für Betriebsdatenerfassung, einfache Zeiterfassung oder eben Auftragszeiterfassung ist dann auch möglich. Und ja, machen wir einfach mal, wie eine solche Erfassung abläuft, zusammen durch. Ich habe eine Identifikation über den Ausweis oder die Biometrie, buche hier mit dem Terminal und kriege dann entsprechend einen Saldo angezeigt, als Rückmeldung für den Mitarbeitenden, was er tut. Ich kann auch zum Beispiel einen Dienstgang auswählen und hier aus verschiedenen Dienstganggründen auswählen. Er erkennt auch, wenn ich vor dem Gerät stehe, das heißt, ich kann nicht seitlich irgendwie was tun. Es merkt genau, wo ich bin. Es hat einen Sensor drin, der auch dafür sorgt, dass zum Beispiel Energie eingespart wird, wenn mal länger niemand um das Gerät herum sich bewegt, dann kann der Sensor, merkt es im Umfeld und kann gedimmt werden, bis hin, dass das Gerät sich ganz runterfährt in der Nacht zum Beispiel. Und damit reduzieren wir natürlich auch den Stromverbrauch und sparen das Display, was natürlich sich auf die Lebensdauer des gesamten Gerätes nachher auswirkt und auch ein Punkt in der Nachhaltigkeit ist. Ich habe dann weitere Funktionen. Ich könnte zum Beispiel auch eine Sonderfunktion, einen Kostenstellenwechsel zum Beispiel machen oder einfache BDE-Funktionen, Betriebsdatenerfassung und hier kann ich dann auch aus bestimmten Gründen kann ich zum Beispiel den Kostenstellen auswählen und ich kann eine dahinterliegende Tätigkeit auswählen. Alle Dinge, die rund um das Gerät sind, wir haben darauf geachtet, dass aus Nachhaltigkeitsgründen alles reparierbar ist und am Ende des Lebensprozesses auch alles recycelbar ist. Wir haben weitestgehend auf Lackierungen verzichtet, auch das ein Punkt zum Thema Nachhaltigkeit. Das ganze Gerät kommt zu einem super leistungsfähigen Preis als komplettes Paket und wir werden damit sehr viel Erfolg haben. Davon bin ich absolut überzeugt. Nachhaltigkeitsgründen